Der Ruf des Pharaos von Sandra Rechu 14 Jahre alt zu sein ist wirklich anstrengend. Ständig hat Anna Ärger mit den Eltern, die sie einfach nicht verstehen wollen. Und die Sache mit den Jungs wird auch immer komplizierter. Anna ist bis über beide Ohren in den charmanten Daniel verliebt. Doch die Katze Bastet möchte ihr die aufkeimende Liebe ausreden. Genau, eine sprechende Katze. Verliert Anna langsam den Verstand. Als wäre das nicht genug, leidet sie an erschreckenden Träumen. Nacht für Nacht irrt Anna durch ein Labyrinth aus alten Steinquadern. Befindet sie sich wirklich im Innern einer Pyramide? Führen ihre Träume sie 3000 Jahre in die Vergangenheit oder in den Wahnsinn? Denn das antike Ägypten wird von Menschen bevölkert, die Anna aus der Gegenwart zu kennen glaubt. Unmöglich. Ihr Freund Daniel kann doch kein Pharao sein. Außerdem würde er sie niemals bedrohen. Oder? Wem kann sie noch vertrauen? Der Ruf des Pharaos von Sandra Rechow Ab Juli 2014 im Buchshaus Verlag als Taschenbuch und E-Book.